Ja, Florian Fritsch, hier bei der Q-School Final Stage in PGA Catalonia 2015. Erste Runde 69. Wie fühlen Sie sich? War gut? Fürchterlich. War eine absolute Katastrophe. Damit kann ich nicht zufrieden sein. 15 PAS. PAS Professional Average Result. Das heißt, ich war 15 Mal Durchschnitt. Das ist nicht mein Anspruch. Ich will dominieren. Ich will vernichten. Ich will Rekorder aufsetzen. Ich will Nummer 1 werden. Das ist alles, was zählt. Deswegen gehe ich jetzt gleich nochmal auf die Range. 7 Stunden Training, danach 3 Stunden Fitness. Schlafen tue ich nicht. Das ist Zeitverschwendung. Das gleiche wie mit Familie, Freunde, Bekannte. Das sind alles unnötige Ablenkungen. Damit muss man einfach klarkommen. Das muss man einfach aushalten können. Das Einzige, was zählt, ist Nummer 1 werden. Das ist alles. Nummer 1. Ja, mein Freund. 1. Ja, Bernd. Sie sind heute mit einer wunderschönen 67 von der Runde heruntergekommen. Das ist echt ein schöner Score, mit dem man in das Turnier starten kann. Was sind so Ihre Eindrücke? Mein Eindruck ist immer super. Ich meine, schau dich um. Das Wetter ist Weltklasse. Und es ist mir eigentlich völlig egal, was ich spiele. Ich bin immer glücklich. Ich bin hier draußen. Ich kann mich bewegen. Ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht. Es wird nicht mehr besser. Wir sind alle Sieger hier. Ich meine, es sind 156 Spieler. Alles Sieger. Egal, ob du eine 80, eine 70 oder eine 60 machst. Es ist einfach wie damals bei den Bundesjugendspielen. Ich meine, wenn du es verkackst, dann kriegst du auch eine Teilnehmerurkunde. Also, es spielt auch gar keine Rolle. Also, geh raus, hab Spaß. Ich habe jeden Tag Spaß. Es ist einfach alles super. Und ich freue mich immer, wenn ich hier sein kann. Danke.